Die hohen Preise, die tun uns ja viel mehr weh. Also uns, die, die arbeiten müssen. Die Alten, die sitzen doch irgendwie im gemachten Nest. Und wir, wir hakeln für die mit und stopfen ihnen das Geld hinten und vorne rein. Moment mal. Das Gegenteil ist richtig. Wer in Pension ist, kämpft derzeit schlimmer gegen die steigenden Preise als jemand, der noch arbeiten geht. Wer in Pension ist, hat aktuell eine Teuerung von fast 12%. Für Leute mit Job liegt es bei nur 10,3%. Warum? Die Inflation wirkt sich auf Pensionistinnen anders aus, denn erstens hat man in der Pension weniger Geld als im Erwerbsleben. Und wer weniger hat, muss anteilig daran mehr ausgeben für das, was gerade richtig teuer wird. Heizen und essen. Und gerade bei den kleinen und den Mindestpensionen wurde mal wieder nur mit Einmalzahlungen geholfen. Die genau einmal helfen. Obwohl also viele ältere Menschen gerade selbst ziemlich in Straucheln kommen, liest sich das in den Zeitungen irgendwie anders. Raus aus dem Pensionsloch. Die besten Tipps für ihren Ruhestand. Das Pensionsloch. Das ist so arg. Das können wir uns alle nicht mehr leisten. Also runter mit der Pension. Und rauf mit dem Pensionsalter. Die wichtigsten Argumente haben wir ja schon tausendmal in der Zeitung gelesen. Argument 1. Wir werden alle immer älter. Äh, Entschuldigung. Die einzige Alternative dazu ist früher sterben. Wir sollten uns doch eigentlich freuen, dass wir länger leben und gesünder alt werden. Das ist genau betrachtet eigentlich verdammt super. Zweites Argument. Immer weniger junge arbeiten. Und das Schwierige mit Prognosen? Sie betreffen die Zukunft. Noch vor 15 Jahren haben wir geglaubt, der Anteil der Leute, die arbeiten gehen können heute, wäre viel niedriger, als er heute tatsächlich ist. Wovon hängt dieser Anteil denn ab? Na klar, davon, wie viele Kinder wir bekommen. Aber eben auch davon, wie viele Leute nach Österreich arbeiten kommen. Oder überhaupt ganz nach Österreich ziehen. Denn die Leute, die hakeln, stemmen mit ihren Beiträgen unsere Pensionen. Drittes Argument. Das Pensionssystem ist zu teuer. Die Pensionisten und Pensionistinnen fressen uns die Haare vom Kopf. Hm, auch deine Oma. Hm, sicher. Da wird dann gern diese Kurve dazu gezeigt und schon fürchten sich alle. Dabei zeigt das nur, wie viel mehr uns die Pensionen in ganzen Euros kosten. Wir müssen uns das aber immer in Relation zu unserer Wirtschaftsleistung anschauen. Weil, naja, auf die kommt's ja an. Und wenn wir das tun, dann schaut die Kurve so aus. Das heißt, natürlich geben wir immer mehr Euros für die Pensionen aus. Aber wir haben als Gesellschaft auch jedes Jahr viel mehr Euros zur Verfügung, weil wir produktiver werden. Und im Verhältnis geht sich das immer ganz schön aus. Und wie das geht? Naja, es kommt eben nicht nur auf das Verhältnis von jungen und alten Menschen in der Bevölkerung an. Es geht um das Verhältnis von arbeitenden Menschen auf der einen Seite, also denen, die die Pensionsbeiträge zahlen, und den Pensionisten und Pensionistinnen auf der anderen Seite. Also geht's um Jobs. Um fair bezahlte Jobs, die faire Beiträge zahlen können. Aber warum hören wir dann dauernd, dass alles den Bach runtergeht und wir uns im Alter schon mal für eine Zweitkarriere als Bettler einstehen sollen? Genau. Wer die Panik vor dem Pensionscrash schürt, will vor allem eins, dir eine teure Privatpension verkaufen. Teuer und unnötig, wenn man ein gescheites Pensionssystem hat. Denn das staatliche Umlageverfahren hört sich zwar ziemlich unsexy an, ist aber tatsächlich ein richtig cooles und sicheres System. Und ein effizienteres haben wir noch nicht davon. Was es wirklich braucht? Faire Löhne und niedrige Arbeitslosigkeit. Eine Arbeitsmarktpolitik, die Vollbeschäftigung will, ist die mit Abstand beste Pensionsvorsorge. Und mehr Unterstützung für Pensionistinnen und Pensionisten im Kampf gegen die Teuerung. Statt Werbung für Privatpensionen sollten wir endlich unsere Pensionen armutsfest machen, damit Pensionistinnen, das sind vor allem Frauen, nicht auf Einmalzahlungen angewiesen sind, um durch diesen Winter zu kommen. Was ist deine Meinung zu den Pensionen? Fürchtest du dich vor dem Pensionsloch? Schreib mir in die Kommentare, ich freue mich auf die Diskussion und nächste Woche das nächste Video. Dich interessiert ein bisschen genauer, wie das mit den Privatpensionen funktioniert? Hier habe ich schon mal darüber gesprochen, schau rein.